Ich bin Sevta Boyrachi, ich bin aus dem Kreis Reinickendorf und kandidiere für das Märk'sche Viertel und Lübars. Ich werde mich für die U-8-Verlängerung im Märk'schen Viertel einsetzen. Die U-Bahn muss verlängert werden bis ins Märk'sche Viertel. Der Brunnenplatz Durch meine langjährige Elternarbeit in der Schule bin ich in die Politik gekommen. Ich kann alles erleben, was ich erleben möchte in Berlin. Ich liebe Berlin. Beste Bildung natürlich. Das kostenlose Mittagessen und das kostenlose Schülerticket. In Lübars, in meinem Wahlkreis. Ich bin sympathisch, authentisch und gehe gerne auf die Menschen zu. Weil ich die soziale Gerechtigkeit liebe. Ich bin oczywiście großartig. Ich bin online. Vielen Dank.